Musik Liebe Freunde, ich melde mich heute vom Landesparteitag Imahl. Wir haben den 15. April und ich habe diesen Parteitag genutzt, um mein neues Buch vorzustellen. Abgezockt, mein mittlerweile 4. Buch, das ihr natürlich wieder kostenlos bestellen könnt auf meiner Homepage oder einfach per QR-Code. Wird euch das Buch dann kostenlos zugesandt. Ja, worum geht's? Ich habe mich ja bereits in meinem letzten Buch abwärts mit den Folgen des Green Deals beschäftigt und habe mir eigentlich vorgenommen, vor zwei Jahren, mich mit meinem Lieblingsgegner, den Sozialverbänden, mal auseinanderzusetzen. Ihr wisst ja selber oder viele, die mich kennen, wissen nicht, ich hatte massive Probleme mit der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe da über zehn Jahre lang ehrenamtlich gearbeitet, habe ein Projekt betreut, in dem Senioren zum Einkaufen gefahren wurden. Das Projekt habe ich selber finanziert und auch mit Manpower ausgestattet. Ja, und als ich in die AfD eingetreten bin, wurde ich einfach rausgeschmissen. Und solche Erfahrungen habe ich von ganz vielen gehört und auch erlebt. Und die vielen Skandale, die diese Sozialwirtschaft verursacht hat, in Deutschland, aber auch in ganz Europa, die müssen endlich aufgearbeitet werden. Das war das Ziel. Ich habe es teilweise geschafft, allerdings durch die aktuelle Lage, durch den Ukraine-Krieg, durch die Energiekrise, durch die Folgen des Green Deals, die jetzt schon viel, viel früher deutlich werden, hat sich das Ganze gewandelt. Und letztendlich ist das Buch eine Generalabrechnung mit der EU und mit der gesamten Politik und der Gesellschaft geworden. Ich finde es sehr wichtig, sehr spannend. Bestellt es euch, lest es euch durch. Ihr werdet ganz bestimmt viele Dinge erfahren, die ihr noch nicht wusstet. So, dann bin ich hier mit meinem ganzen Team. Das freut mich. Ich habe das Buch natürlich nicht alleine geschrieben. Das ist Teamwork. Und der ganze Stand hier heute ist Teamwork. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, war auch viel Arbeit. Wir haben für die Kaffeeversorgung der Delegierten gesorgt. Wir haben draußen die Currywurst angeboten mit dem Foodtruck. Also es war ein toller Parteitag. Es hat viel Spaß gemacht. Und wir arbeiten alle weiter. Glück auf!